Liebe Freundinnen und Freunde der Orgelmusik, im Namen des Referates Kirchenmusik begrüße ich Sie herzlich zum Februar unseres Orgelkalenders 2022. Mein Name ist Manuel Bleul und ich bin Kirchenmusiker im Frankfurter Südwesten in Frankfurt-Niederrad. Die Kirche Mutter von Guten Rat wurde in den Jahren 1932 und 1933 erbaut und prägt seitdem mit ihrem roten Turm das Stadtbild hier. Erwähnenswert in der Kirche sind insbesondere das Altarfresko, das 1982 von Hubert Distler gemalt wurde sowie auch die Orgel, die 1983-84 vom Orgelbauer Winfried Albiz erbaut wurde. Mit 52 Registern ist sie eine der größeren hier im Rhein-Main-Gebiet. Internationale Bedeutung erlangte sie durch die Gesamteinspielung von Max Regers Orgelwerke durch Rosalinde Haas, die bis heute immer mal wieder in Funk und Fernsehen zu hören ist. Ich spiele für Sie heute aus Marcel Dubré's Opus 7 Präludium und Fuge in G-Moll und wünsche Ihnen viel Freude damit. Ich spiele für Sie heute aus Marcel Dubré's Opus 7 Präludium und Fuge in G-Mail. Ich spiele für Sie heute aus Marcel Dubré's Opus 7 Präludium und Fuge in G-Mail. Ich spiele für Sie heute aus Marcel Dubré's Opus 7 Präludium und Fuge in G-Mail. Ich spiele für Sie heute aus Marcel Dubré's Opus 7 Präludium und Fuge in G-Mail. Ich spiele für Sie heute aus Marcel Dubré's Opus 7 Präludium und Fuge in G-Mail. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020